herzlich willkommen zum stadtbahn simulator düsseldorf ich werde jetzt mal eine runde hier mal mit der stadtbahn mal fahren man fahrt nach fablan von esprit arena nach also messe nord nach schlüssel düsseldorf habernow welchen tag nehmen wir also heute beginnt gleich sonntag fahr mal nachmittags gegen halb zwei wolken los los geht's also jetzt befinden uns jetzt in esprit arena messe nord jetzt müssen wir die die stadtbahn mal starten todmann petal fernlicht nach den fahrtstrom automat noch ein strom abnehmen und jetzt kann man eigentlich hallo und los wir müssen jetzt bis zur halse noch ein bisschen vorfahren deshalb das ist zu schnell sind weil ich muss da bei dem haar nämlich halten ja kommt noch ein stück jetzt halt es ist mit den türen aufmachen einsteigen bitte u 78 nach düsseldorf hauptbahnhof düsseldorf hat elf stadtbahnen von u 70 bis u 79 und noch die u 83 wobei die 71 bis 73 und 83 niederfluss sind aber ich stehe lieber auf hochflur in ein paar sekunden müssen wir los und sagte mir dass ich zu früh wäre jetzt also hier kann man ruhig bisschen stoff geben nächste station mürike straße ausstieg in fahrtrichtung rechts next stop mürike straße exit right hallo kollege und alles klar bei dir wie fahr ich darf dann gut oder ja ich war schon ein bisschen langsamer dass ich hier natürlich raus bei die zeit mit abfahren echt knapp ist hier alt ja genau ich muss ich schon wieder weg ich muss ich schon wieder weg ja ich war pünktlich so war nächste station freilichradplatz ausstieg in fahrtrichtung links next stop freilichradplatz exit left sehr geehrte fahrgäste hier können sie ab freilichradplatz auf der anderen straßenseite mit der u 79 in richtung duisburg fahren halt halt ja geht ja noch jetzt hier muss ich noch ein paar sekunden warten weil ich darf erst um 26 los fahren hier ich bin hier 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 Ah, na, warte mal lieber noch ein bisschen. Komm, 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 jetzt. Also hier darf ich nicht schneller als 40 fahren, sonst ist es gleich die Stadtbahn. Nächste Station, Messe Ost, Stockholmerkirchstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Messe Ost, Stockholmerkirchstraße. Exit left. So, hier kann man ein bisschen Stoff geben, weil ich muss im 27. oder eigentlich drüben wegfahren. Ich liebe Stadtbahnfahren, ich bin ja schon mal mit einem mal gefahren. Also nicht der Düsseldorfer, bei uns halt. Na, bremst man schon, hau es durch. Na, komm, 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 komm. Na, naja. Ja, steigert ein oder was ist los? Ich muss weiter. Die 10 Minuten kommt die nächste. Nächste Station, Nordpark Aquazoo. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Nordpark Aquazoo. Exit left. Vom Bahnsteig ein bisschen wechseln. Zügig einsteigen, zügig einsteigen. Hallo. Ja, auf. Ich muss weiter. Hallo. Hallo. Der muss einsteigen, weil der hat Pech gehabt. Hier darf ich nicht schneller als 60 fahren. Nächste Station, Riesaplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Riesaplatz. Exit left. Jetzt ist mein Signalroo. Das ist eigentlich ein bisschen doof jetzt, weil ich muss eigentlich schon wieder weg. Kann es halt passieren, dass ich jetzt mit Verspätung rauskomme. Ah. Auf, 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 auf. Gib Gummi. Stadtbahn. Jawohl. Jawohl. Nächste Station, Theodor Heussbrücke. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Theodor Heussbrücke. Exit right. Jetzt fahren wir größtenteils auf der Straße. Die sind meistens Tiefbahnsteige, alles. Haben wir hier ja keine mehr, leider. Ah, komm. War knapp. Jetzt muss ich nach oben gucken, nur wegen dem Signal. Ja, ich hab's sogar schon frei bekommen. Hab mich verdrückt, sorry. Nächste Station, Goldsheimer Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Goldsheimer Platz. Exit right. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich die Haltestelle überfahre, weil das sieht man voll schlecht. Aber man sieht ja zum Glück die Leute. Und schon wieder muss ich weg hier. Ja. Nächste Station, Kennedy Damm. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Kennedy Damm. Exit right. Letzte oberirdische Haltestelle, danach geht's in den Tunnel. Ach, jetzt hab ich wieder das Signal rot bekommen. Und da kommt auch schon wieder mein Kollege. Ja, komm, Signal, auf geht's. Ich mach schon mal die Türen zu. Damit keiner einsteigen kann, falls ich Grün krieg. Danke, Mann, sagt's doch früher. So, schon fast 34, man. Hi, alles klar? Nächste Station, Viktoriaplatz, Kleberstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Jetzt geb ich mal Stoff hier. Viktoriaplatz, Kleberstraße. Exit left. Bei 35 muss ich da drin schon wieder weg. Boah. 80 kmh. Ist aber viel los in die Zeit, ne? Ach, komm, 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 komm. Hochbahnsteig, Türen sichern, auf. Ja, komm, auf, auf. Ich muss weiter. Und tschüss. Nächste Station, Nordstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Nordstraße. Exit left. Da scheint auch die Hörde los zu sein. Kann ich mich da einmal am Haar stehen hier? Ja, fast. In Düsseldorf scheint man echt unter Zeitdruck zu stehen. Ich muss dann wieder wegkommen auf. Also, unsere Startbahnfahrer machen es meistens so, dass sie es meistens immer zu machen, ne? Ja, komm. Ah, hier darf ich nur 50 fahren. Wo ist sie es doch irgendwo? Hier hat man die Heinrich-Heine-Allee umgebaut. Da fahren ja jetzt auch die 71 bis 73, ne? Ich glaube, ich muss auch ein bisschen Stoff geben, aber irgendwo, da muss ich bloß wieder 50 fahren. Glaube ich. Ja, ich wusste es doch. Hey, jetzt brauche ich auch kein Gas mehr, aber was, wenn ich verfasse die Haltestelle? Stopp! Ja, auf, schnell, ich muss weiter. Und tschüss. Düsseldorf hat ja fast alle Stadtbahnen gleich, ne? Wir haben ja da... Nächste Station, Steinstraße Königsallee. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Steinstraße Königsallee. Exit right. Danke. Also, wir haben drei verschiedenen Zugtypen. Ein paar alten von uns wurden ja sogar umgebaut jetzt. Aber die in Düsseldorf haben ja nur zwei verschiedene. Düsseldorf. Mein Gott, hier scheint echt die Hölle los zu sein. So ein Geschrei. Nächste Station, Oststraße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ah, ich muss doch mal Gummikäbe hier. Weil ich muss ja eigentlich schon wieder um 40 weg dort. Bremsen, 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 ein bisschen. Dann schaust du mich die ganze Stadtbahn raus hier. Ja, das war jetzt zu spät, aber solange ich den Bandscheid nicht überfahre. Zügig einsteigen, zügig einsteigen, bitte. Nächste Station, Düsseldorf Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Düsseldorf Hauptbahnhof. Exit right. Und schon sind wir am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Bitte hier zur S-Bahn, Fernfühlzüge. Andere Stadtbahnlinien, 74, 75, 76, 77 und 79, bitte umsteigen. Und hier gehen wir genau an das H. Super. Scheiße. Falsch. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte steigen Sie alle aus. Dieser Zug endet hier. Zur Weiterfahrt, andere Stadtbahnen bitte benutzen. Da ich trotzdem an der Endschutzung bin, darf ich trotzdem noch nicht losfahren, verstehe ich aber auch nicht. Muss warten bis 42 ist, sonst sagt das Spiel zu mir, Sie sind zu früh losgefahren. Ich fahre jetzt noch bis zur Wendeanlage und dann war's das für heute. Sag mir doch einfach mal, wie ich Startbahn gefahren bin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.